Hallo und herzlich Willkommen bei Ralfs Unboxing. Heute ist nicht Montag und heute ist auch nicht 19 Uhr. Heute kommt nämlich ein etwas anderes Video, worauf schon viele Leute warten. Das Problem an der Sache ist es nicht so, wie ihr es denkt, weil es geht nämlich um das 1000 Abonnenten-Special-Auslosungsvideo. Ich hatte euch ja schon im letzten Wochenupdate gesagt, dass das Video Mittwoch, Donnerstag oder Freitag kommt. Nur leider, ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme hört, ich bin leider ein bisschen erkältet gewesen und habe das alles nicht so hingekriegt, wie ich es wollte. Weil ich hatte das Video schon längst abgedreht und ich hatte ja vergessen, so richtig auf Play zu drücken. Deswegen ist ja die ganze Phase, wo die Namen in den Lostopf gingen, nicht mit dabei gewesen. Es waren auf jeden Fall, kann ich euch sagen, 60 Teilnehmer knapp. Es waren glaube ich 59 jetzt. So, und ich habe die Gewinner dann auch schon gezogen. Nur leider ist dieses Video, was da entstanden ist, wo ich die Gewinner gezogen habe und alles, das war so viel Arbeit. Das jetzt nochmal nachzubearbeiten, hätte ich auch wieder, so wie jetzt, noch ein Vorwort drehen müssen und so weiter und so fort. In diesem Sinne habe ich mich jetzt entschieden, das Auslosungsvideo auch nicht nochmal zu machen. Weil das haben ja wirklich zwei Leute gewonnen. Und wenn ich das jetzt nochmal drehen würde, wäre das ja unfair denen gegenüber, die ich zuerst gezogen habe. Deswegen müsst ihr mir in diesem Sinne einfach mal vertrauen und ich zeige euch jetzt die beiden Gewinner. Die eigentlich in dem Originalauslosungsvideo habe ich ja erst den Platz 1 gezogen, weil ja alle Leute die Chance auf Platz 1 haben sollten und dann den Platz 2. Aber jetzt kann ich euch ja erst den Platz 2 zeigen und dann den Platz 1. Also ich sage euch auf jeden Fall, Platz 2 war ja so ein ganzer Stapel an diese Mediabuchs vom Filmkonfekt und Platz 1 war ein riesiger Stapel an die Mediabuchs vom Filmkonfekt. So, also wie gesagt, ihr müsst mich jetzt verstehen, ich bin ein bisschen krank und so, deswegen ist alles ein bisschen schwierig, aber ich zeige euch jetzt die beiden Gewinner. Also erst mal Platz 2. So, habe ich den Zettel jetzt hingelegt. Es sind jetzt auch die Originalzettel aus dem Lostopf. Also Platz 2 hat gewonnen, der liebe Ich-Packe-Aus, der Andreas. Ja, Andreas, du kannst mich bei Facebook anschreiben oder halt in die E-Mail-Adresse schreiben, die unter diesem Video steht. Hier, Ich-Packe-Aus hat den Platz 2 gewonnen. Wegen Adresse und so, von dir brauche ich jetzt keinen Ausweis, weil ich weiß, du bist 18. So, und Platz 1 gewonnen hat, Moment, den kenne ich nicht persönlich oder die, ob es ein Mann oder eine Frau ist, weiß ich nicht genau, aber hat gewonnen, Lela Black. Also Lela Black, du, die kenne ich nicht, habe auch noch nie einen Kommentar von dir gelesen, aber du meldest dich bitte an der unten genannten E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung, schickst mir eine Ausweiskopie und dann deine Adresse und dann kann ich dir das zuschicken. Ob du jetzt männlich oder weiblich bist, weiß ich nicht, der Name Lela Black, der ist nach meiner Meinung eher weiblich, aber ist ja auch egal. Also wie gesagt, Platz 1, Lela Black, Platz 2, ich packe aus. So, ich muss mich nochmal entschuldigen, dass ich das jetzt so gemacht habe. Ich habe es ja wirklich gedreht, nur leider, naja, habe ich euch ja erklärt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann, euer Ralf von Ralfsaboxing. Ciao.